Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem YouTube-Kanal. Es wurde mal echt wieder Zeit, muss ich sagen, dass ich für euch Proteinriegel teste. Und tatsächlich sind es eine ganz besondere Art von Proteinriegeln, so wie alle Proteinriegel irgendwo besonders sind, ist ja alles, liegt ja alles im Auge des Betrachters. Die sind aber tatsächlich für mich besonders, weil sie a. neu sind und b. Discounter-Porteinriegel sind. Ich persönlich finde das nämlich immer sehr, sehr sympathisch, dass man für verhältnismäßig wenig Geld teilweise wirklich gute Proteinriegel kriegt. Ihr findet zahllose Videos auf meinem YouTube-Kanal und auch ausführliche Berichte mit allen Facts zu Nährwerten und so weiter auf meiner Webseite. Da müsst ihr auch mal reingucken. Übrigens jetzt auch datenschutzkonform habe ich schön daran gearbeitet. Absolut sicher eure Daten, wenn ihr da reinguckt. Kein Problem. Und ich wollte sagen, genau, ich habe diese Discounter-Ring viele von Rossmann, da sie hier sind jetzt von Rossmann und auch viele von dm getestet und wirklich eigentlich so prinzipiell immer für ganz gut gefunden, wenn man vor allem den Preis betrachtet. Ich habe übrigens auch noch den hier von dm hier, da wird es auch noch ein Video zu geben. Das ist quasi jetzt das Pendantor, denn beide Firmen haben parallel quasi diese Art Proteinriegel rausgebracht. Diese Art wie Wilder Yippie oder Body Attack Yambam und diese, ich sage mal, crunchy, innen mit Creme-Füllung, relativ fettreichen, aber zuckerarme Proteinriegel. Die vor allem auf Geschmack und Optik getrimmt sind. Die haben alle diese Riegel, auch wie gesagt von Wilder und so weiter, die haben alle eins gemein, außen Schokolade, oft so Karamell drin und innen so einen Kern mit verschiedenen Geschmäckern. Wir gucken uns jetzt einfach mal diese beiden hier an, beziehungsweise einen von beiden, welchen soll ich nehmen? Ich gucke jetzt mal nicht hin, mixe einfach so ein bisschen mit meinen Händen. Ich passe es nicht auf, ich gucke mich in den, der jetzt in meiner linken Hand ist. Den Vanilla Chris, hierzu wird ein kleiner Nachttest folgen. Der Vanilla Chris Geschmack Proteinriegel von Well Mixed Balance mit 33% Eiweiß. Hat gekostet, 1 Euro, soweit ich weiß, also nicht günstig, ist lower in carb, low in sugar und high in Protein. 33% ist nicht high, nein, die Aussage stimmt schon mal nicht. 45 Gramm, eine Portion, 1 Euro, wie gesagt, ist okay, so Wilder Yippies, gibt es auch als 45 Gramm Portion. Ich glaube, wir sind deutlich teurer, knapp als doppelte. Und die Body Attack Jambam, die sind doppelt so groß, kosten aber auch nochmal eine deutliche Ecke mehr. Ich glaube, 2, 3 Euro, also über 2,50, 3 Euro oder so. Wie gesagt, das sind so die beiden Vergleiche, da findet ihr auch Testvideos auf meinem Kanal. Und ich habe auch zum Beispiel, ich glaube, das war einer von Power Systems, habe ich auch so eine Art Riegel getestet. Und da waren noch 2, 3, 1. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Da war mal in dieser Amazon Surprise Proteinriegelbox was drin, da habe ich auch welche getestet gehabt. Hier ist aber nun der, wie gesagt, von Rossmann, neu auf den Markt gekommen. Die Zutaten gucken wir uns mal an. Was haben wir hier? Ich gucke mal, die kann man so ein bisschen drehen, sonst ist der Schatten da drin. Wir haben einen Eiweißriegel, die Riegel überzogen mit Vollmischschokolade, mit Süßungsmittel, Vanille-Krist-Geschmack. Zutaten, 30% Vollmischschokolade, da ist genau das. Diese Proteinriegel sind so eine Mischung zwischen Proteinriegel und Genuss, weil 30% Schokolade, das muss man eigentlich in einem Proteinriegel nicht drin haben. Es wird nämlich immens die Fettgehalt hochtreiben, was wir gleich an den Nährwerten sehen. Deswegen, es ist immer relativ. Was ist Fitness? Ist Fitness wirklich alles möglichst kalorienreduziert und nur das Wesentliche, nur Protein, kein Zucker, weißt du? Oder muss, man kann das so nicht beurteilen, hat jeder seinen eigenen Standpunkt oder sowas. Ich persönlich teste eigentlich fast alles aus Neugier. Wenn es an Proteinriegel geht, bleibe ich bei meinen Questbars. Die sind einfach geschmacklich grandios und die sind zwar teuer, aber es ist einfach geschmacklich, es liegen da oft Welten zu anderen Proteinriegeln. Die sind auch nochmal eine andere Art. Die sind offen mit diesem Isomalt-Oligosaccharid-Sirup gemacht, der als Ballaststoff verkauft wird, aber trotzdem den Insulinpegel steigen lässt. Dann gibt es wie gesagt Proteinriegel, so wie diesen hier, die nicht den Insulinspiegel steigen lassen, weil sie eben nicht diese Isomalt-Oligosaccharide nehmen, sondern, wo haben wir es hier, Maltit als Süßungsmittel, was übrigens hier auch als Kohlenhydrate deklariert ist, hier drin, aber eben diese mehrwertigen Alkohole. Und das sind die, die eben nicht den Glühzucker steigen lassen. So, wir haben diese Schokolade, die wie gesagt mit Maltit gesüßt ist, dann haben wir Vollmilchpulver ist in der Schokolade. So, und dann kommt genau Milchprotein, schon mal ganz gut. Leider auch, wie ich jetzt sehe, Kollagenpeptide, direkt nach Milchprotein genannt. Also es kann durchaus sein, dass wir hier von den 33% 17% Milchprotein haben und 16% Kollagenpeptide. Ist schade schon mal. Ist bei den günstigen Riegeln aber oft so. Kann man jetzt sehen, wie man will. Es gibt nämlich, deswegen der Vergleich zu den teuren Riegeln, genauso teure Riegeln, die haben auch diese billige Eiweißquelle drin. Die pusht den Proteingehalt, aber der Körper kann es eben nicht komplett verstopp wechseln. Die andere gute Proteine aus Milch, Soja und so weiter und so weiter. Feuchtheit mit dem Glycerin, die zählt übrigens auch irgendwo als Kohlenhydrat. Dann haben wir Sojaprotein noch drin, Füllstoff, Polydextrose, Oligofruktose, Süßungsmittel, Maltit haben wir auch noch drin in den Protein. Und Aromen, Sucralose als Süßstoff noch, keine sowas wie Saccharinatum oder ähnliches, wobei ich gar nicht jetzt weiß, ob das in Proteinriegel überhaupt verwendet wird. Sucralose haben wir jedenfalls drin. Jo, das ist der Riegel. Die Nährwerte gucken wir uns natürlich auch noch an. Wir haben 372 Kalorien, 15 Gramm Fett, dann haben wir 33 Gramm Kohlenhydrate. Wie gesagt, die mehr oder weniger Alkohole sind der größte Teil. Richtig Zucker ist wenig drin. 8,9 Gramm Ballaststoffe, das ist die Polydextrose, die drin ist. Und Eiweiß 33 Gramm. Ich muss mal kurz hier noch ein Foto machen mit meiner Kamera. Moment, nochmal einmal so. Das sah ich mir verziehen. Und nochmal einmal so. Willst du mich auch auf Instagram geben? So, jetzt gucken wir uns aber mal den Riegel an. Hat übrigens auch dieses schöne weiche Papier, dieses Plastikpapier. Ich finde das toll. Es fühlt sich so weich an. Aber es gibt noch weicheres. So, oh geil. Hallo, sieht geil aus, oder? Richtig schön Fili-Crispies drin. Dick Schokolade, definitiv. Ich muss mal kurz meinen Teller holen. So. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr pornös aus. Muss ich schon sagen. Sehr, sehr gut. Vor allem so schön richtig huckelig. Also so. Also ihr wisst schon so. Oh Gott, ey. Oh nein, jetzt ziehen die Wolken. Wolken ziehen zu. Wolken ziehen zu, der Himmel zieht zu. Durch die Wolken. So. Übrigens da, meine Rosen. Gucken wir uns noch mal ein bisschen an. Sie sehen so schön aus. Mir ist ja alles im Winter kaputt gegangen, weil ich die Sachen nicht reingeholt habe. Schick würde ich sagen, oder? Na, riechen aber nicht so rosig. Ha, riechen nicht rosig. Ha, ha. Schlechter Witz. Und hier auch irgendwelche Scheißviecher fressen hier rum, ey. Na ja. So, ich setze mich da mal wieder hin. Ich glaube, ich wollte gleich noch ein Testvideo machen. Ich glaube, dann gehe ich rein. Es wird hier asozial draußen. Der Wellmix Balance Eiweißriegel. Wie gesagt, gucken wir uns den mal an, wie er im Querschnitt aussieht. Ja, schon gut, würde ich sagen. Kommt vor allem durch diese Krispys, die jetzt so dunkel sind. Und dann diese Schokolade, das gibt einen schönen Kontrast. Und innen diese gelbliche Füllung gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache mal kurz einen Break, damit ich ein Foto machen kann. Einen Moment. So, ich bin wieder da. Ja, wie gesagt, außen die Schokolade und dann hier innen die Füllung. Das mache ich jetzt aber auch nochmal so, damit wir uns die Konsistenz genau angucken können. So ein bisschen zäh also. Das ist schon mal ganz cool. Ich mag das, wenn man so ein bisschen was zu beißen hat. Und ja, die Krispys, das ist wirklich reichhaltig. Achso, die Kalorien habe ich gar nicht erwähnt. Deswegen sage ich schön Krispys und schön Schokolade hin und her. Aber 372 Kalorien ist schon nicht ohne. So, holen wir uns mal den Crunch an. Oh ja. Oh, doch. Oh ja. Lecker. Also vom Essgefühl her, ein leckerer Riegel vom Essgefühl. Es knackt richtig, es ist crunchy. So, wirklich lecker. Viel Schokolade außen. Man kann es sicherlich auch so schön abnuckeln, sage ich jetzt mal. Hat man so einen Schokoladengeschmack. Außen die Krispys, wie gesagt, sehr, sehr knusprig, wirklich gut gemacht. Innen die Füllung, sehr dezent vanillig. Und es ist oft so, dass diese Füllungen so ein bisschen muffig schmecken. Und die hier auch nicht negativ muffig, aber dezent muffig. Ich kann das jetzt gerade nicht anders beschreiben. Ich probiere einfach nochmal ein Stück. Ja, also, in der Kombination mit der Schokolade fällt das auch nicht so auf. Aber ihr kennt das viele Proteine, gerade diese Blöcke. Die haben immer so einen etwas, ja, muffigen Geschmack. Aber es ist wirklich nicht böse gemeint. Es ist einfach so ein bisschen muffig. Vanille ist, wie gesagt, etwas dezent, finde ich. Aber ich kann bei diesem Riegel hier eigentlich als Fazit sagen, einfach so, wenn es euch jetzt nicht darum geht, die besten Nährwerte zu haben, wenig Fett, nur viel Protein und so, dann ist das nicht unbedingt der beste Riegel, weil er viel Fett hat und nicht ganz so viel Protein. Aber für 1 Euro ist das in der Summe, behaupte ich jetzt mal, von den Zutaten und Nährwerten völlig okay und vom Geschmack wirklich gut für 1,45 Euro kann ich euch diesen Riegel wirklich mal empfehlen, mal auszuprobieren. Falls ihr ihn schon kennt, schreibt mir gerne einen Kommentar und nennt mir doch mal bitte euren liebsten Billig-Portein-Riegel, damit ich sie mir auch mal anschauen kann. Danke fürs Zusehen, bis bald, macht's gut, ciao!